ok kann ich bei Scout spielen? für Eis? wieso fange ich eigentlich immer als Vampire an? in der Alpha habe ich immer Mensch angefangen voll heftig lol lol ja ruffel ruffelknister ruffelknister Freepod bin ich aber auch selten seit Sommer dann da ist weil ich kaum noch Freepod Freepod yeah alle gehen als Duma oder wat? ja ich geh Duma main das weißt du Duma ich bin mir glaub Level 13 oder so ne 14 glaub ich hab keine Ahnung auf jeden Fall holt er mein Sentinel ein ich seh da vorne jemand laufen wo sind die Menschen? Lady wo seid ihr? ja ich hab die Chance ich hab schon gefunden ja da hinten oder? ja da hinten ja rechts im Wasser in Sektor 3 würd ich mal behaupten und ich krieg ja grad voll den Damage ab wieso krieg eigentlich immer ich Damage? ja ich krieg auch Damage ab ich bin tot Feuer ich bin ein bisschen gestorben oh Lady ah dein Name steht unten dran sag ich doch ich sterb wieder ohne Damage zu machen wie du bist Gauder wie du bist Gauder wie du bist Gauder ist das wohl nicht Alchemist? ich hab's nur für dich genommen was sagst du nicht? ich hab's nur für dich genommen ach so du musst mich abschießen ich hab jetzt irgendjemand ja ich nicht sag mal wer da oben klettern irgendwelche Vampires waa ich fliege ok ey glaubst du das? ich seh nix es gab kein Entkommen ich bin immer schlecht wenn ich aufhöre glaubst du das? meiner ja genau und keinen Schaden gekriegt wenn ich abgeschissen werde jetzt anders aber jetzt pass auf jetzt vom Gabriel Gabriel jetzt kommt Alchemist oh mein Gott ne kommt die Säurebombe ah fuck da oben schade was warst du? haha ich wollte wieder rüberwerfen ach scheiße au ja was treibt ja genau ach komm ey leck mich doch am Arsch au au komm ich will wieder ein Kribbelkill wenn ihr gerade so schön im Haus seid ja ja ich werf da gleich mein Gas rein du kommst von der anderen Seite und dann gehts los ja verrat halt alles leid ich werde alles verraten voll schlau ein Neuro ich hab uns extra vor Griffe ja oh hi ja ja genau ich brenne ich brenne vor Leidenschaft ach komm ey du suck du nein zwei Schüsse sag mal macht der so für Scham ach der hat die Kreuzding Kreuz Kostbau aber Lady weißt du für was auch ne gute Waffe ist für'n Alchi die komische Waffe die Bett ich mag die Mist die ist so gemein die ist so gemein Erzi hat das voll gerne bei mir angewendet ich flieg dran vorbei und munter mich weil mir in der Luft explodiert und da hat sich der Arsch abgelacht und hat mir dann gesagt er hat mir eine Bombe am Arsch da klebt ich hab die nicht gesehen oh jetzt werde ich angeschrieben oh boah ihr seid da alles so schnell im Hau scheiße wer schreibt mich grad an oh geil ich hab kill nein brem ich nicht ab ich bin kein Joder Bye Bye hast du Brötchen mitgebracht no yeah ich hab dich na wo bist du Panik Panik ich hab grad nix nach sehen ich weiß ja garne die Grafik ist ja ganz anders wenn du aufnimmst ich weiß garne du bist ja verzerrt FPS 3 keine Ahnung wo kann man die nochmal sehen hab mir das mal erklärt ich hab's vergessen ah man ey scheiß Bomben ja hier das wieder legt ah scheiß Feuer hey ja das feuer ärgert mich auch ziemlich hart ja leg dich doch hin scheiß cool doch ja leg dich doch hin scheiß cool doch ha ihn ich bin doch auch Damage größer yes Mann ey komm schon wie will mein Sentinel auf 20 verbring dein Sentinel auf 20 geht nicht ich werd ja ständig gekillt mein Reaver hat viel mehr Blut getrunken als mein Sentinel mein Reaver hat viel mehr Blut getrunken als mein Sentinel das glaubst du garne toll da lief fast gut Damage passiert gut Damage passiert aua mich hat man zum landen gezwungen funken gezwungen ey das wird wie so ein Loose ran also aufnehmen also aufnehmen ja ich glaub auch mein Handkopf aber ich geb den gleich hart mit meinem guten Handkopf das ziehen sie burn burn ich wurde umgebracht hey mich darf man nicht umbringen ich bin wie heißt das ich bin auf der schwarze Liste ich bin eine Rarität oh quettere doch ich bin von Aussterben bedroht das wort suche ich doch grad ich schlapp ich bin Arson wegen um meine Haie sag mal wer labert hier eigentlich gehen wir ins Mikrofon an wie macht ihr das eigentlich an keine Ahnung wie meins aus ist ja ich auch aber irgendjemand dachte sich hier gerade Arsch ab im Game ab dich das ist dann wahrscheinlich sangreal weil ich mit schlapp geschrieben hab macht der wohl hallo burn burn und die ihr seid in dem scheiß Haus ihr seid in dem scheiß Haus wo ich meinen scheiß Türbeke mit der Gasgranate gemacht habe Nero führt schon wieder mit 7.5 ne der hat gerade mal 7.1 sag mal ich bin das ist das ist das ist meine krass ich hab ihn gekriegt ich bin tot ihr seid meine Mann du bist Lars lass mir halt die Kills Lot hat 2 Kills gemacht ja ich hab die letzte Kills gemacht oh mann wir haben sich ja mit dem hässlichen Flambeer ja Nero 8.5 oh yeah wenn 20 streiten freut sich der dritte ja aber Sidox auch mit 16k also Nero ich krieg deinen Booster jetzt oh yeah wo hocken wir am Wasser oder zeig ihr den zeig ihr den achso wir dürfen uns ja gar nicht verraten ne lieber nicht geht zu unserem secret spot oh mein Gott ich find die Maske von dem so geil aber der schwarz-rote sieht auch geil aus aber der schwarz-rote sieht auch geil aus den hab ich jetzt einmal gesehen doch der sieht geil aus nein doch der türkische der türkise der blaue der blaue Scouter und der rot-schwarze Scouter sieht schon geil aus nein der türkische also Alex ist kein Türke der ist nur blau und blau ist im Zustand was ist denn? oh hier hast du das gesehen ey der hat doch nur noch Hälfte LP ja ja ich hab die in eine Granate in die Fräse geworfen das Damage naja ich mach auch eh vielleicht krieg ich den ja ja ich hab ihn lol ich hab ihn 140 kill hast du ich hab ihn ja ich hab ihn jetzt nicht ja so geil oder? du hast nur überlebt du hast nur überlebt weil dieser Weep da Stress bei mir gemacht hat ich hab daneben geschossen ja und der Knutzt rechts irgendwo naja ok irgendwo rechts keine Ahnung da ist schon ich seh dich ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn Trap ja mit meiner Trap ja mit meiner Trap und Plux hat mir 37 ne was hatte ich 126 selbstmorde alle durch Plux und alle in Vale holen Kade erwischt hab ich? erwischt achso da muss ich auch gleich mal mitmachen du links kommen mit zwei rechts kommen mit zwei und da ist einer warum seh ich grad ne ich seh überall nur welche Schießungen ich seh gar nichts mehr ok da hinten lebt man ja er lebt nicht mehr scheiß nachladen ahaha ich liebe die Bombe helf dir helf helf dir mein noch bumm ach komm ey nur da kommt ein dicker was dicker da kommt ein dicker oh shit ey verschwinde hör auf da einer oben zu wacken läuft mein kill ah 125 geht doch oh da springt er weg irgendwas das schreibt mich schon wieder an ernstig glaubst du ich verfolg dich nicht du scheiß fetter Tank wo ist der Dicke Dicke ist hier irgendwie bei mir der Dicke warte mal kurz der Dicke lacht hörst du das naja hier da ist er doch oder nein das war ein anderer Digga egal das ist ein Dicke mit S Dicke mit S Dicke mit S mit der Greel sein Dingsbunsel wie der ist ich hab hier was am Arsch ich bin tot ich bin selber tot mit selber tot ja es tut mir leid super ja komm ein Hit ja er ist tot geht doch alter hat's noch einen Dicke jaja ich sehs Donate er hat's noch einen Dicke da ist er ja ach da war ja was dann spiel ich lieber mit dem ja spiel lieber nicht mit dem Dicke Muskelportster ich hatte keine Lust wusstet ihr dass man da durch das Tor schießen kann das Tor ja hier kannst du durch die Wand schießen da bin ich auch schon drang gestorben ja ich werde angejumpft ja ich werde angejumpft ja ich werde angejumpft oh hei ich bin da in der Kiste komm den handeln wir meiner ach komm ey kill glaube ich war's nicht ich muss heilen gehen ich geh mich mal heilen ich brauch Munition Oh ja, da hatte ich ganz schön so ein geiler Rand, hatte auf einmal keine Munition mehr und stand auf dem Dach und wusste nicht, was ich mache. Ey, wieso schmeiße ich das Messer über den? Ey, das war vorhin aber anders geplant. Ja, die ist klar, ich bin ein... Der verfolgt mich. Da kam ein dicker, ich bin gerade nur ausgebieten ey. Ey, der scheiß Sentinel hat mich verfolgt. Ach, das war eine Lady! Die haben gerade einen Däumen Sentinel und jetzt war das Lady auch noch. Oh mein Gott ey! Pass auf dir, stutz ich auch nur die Flügel mir, egal was der Meister sagt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh shit! Scheiße, beschützt mich! Beschützt dich selber! Sah ihm an und keine Memme! Nein! Fuck this shit! Nein, der Heal ist nicht mehr da! Nein! Kommt was! Mein Kill! Lady, komm da runter! Trink nicht so viel Red Bull! Die lacht sich der Arsch auf! Die fliegt ihre 189 zur Arsch auf ey! Unglaublich! So, jetzt kommt was! Wo denn? Der Hauptsache Fisch! Komm, putt 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 Sentinel! Ah, da war ein Sentinel! Okay, fucker! Oh scheiße! Ich hab meine Aue rausgeschmissen! So, scheiße! Voll ins Wasser! Jetzt kommt was! Oh mein Gott! Voll ins Wasser in die Fresse! Das war Zufall! Oh, da ist ja... Voll! Ach, scheiße! Da kam noch was! Wo ist er uns an mir in den Rücken gelegt, ey? So ein Arsch! Einer! Hahaha! Doppel kill! Eissacke grad hart! Eissacke grad hart! Ich mach grad hart, Cowboy, ich grad voll daneben ziehe! Wo gibt's die nächste Altstation? Äh, direkt in der Ecke! Ja, die hier kann ich nehmen, die anderen kann ich nicht aktivieren! Nein! Sie hat einen! Sie hatte einen! Oh mein Gott, ich kann mal voll aus der Map fliegen! Was kam? Aus der Map fliegen! Ja, kannst du! Ich kann... Ich kann... Kann ich wusste, dass ich den Kriegsbogen grad nicht dabei hab? Ich verfolge grad ein Sentiner... Äh, ein Sentiner... Hey, jetzt kostet Porn, ey! Mann! Der Sentiner ist fast down! Ich bin erst viermal gestorben! Herzlichen Glückwunsch! Wo ist denn der Sentiner? Hey, komm mal her! Lass uns kuscheln! Da ist er ja! Da warste! Da flog es! Jetzt will keiner mehr angreifen, oder was? Krieg dich! Flieg mal übers Wasser! Flieg mal aus der Map! Ja, flieg aus der Map und lass dich treffen! Hahahaha! Erwischt! Häh, Gott! Helfi! 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 Geht doch! Geht doch! Hahahaha! So! Oh, verloren! Egal! Ah, guck mal! Elf kills! 13,8! Das geht ja nur! 1,25... 80 Gold! Geht! Mein Hedge, das war 210! Hahahaha! Was ich mal an Gold gekriegt hab! Ich hab 120 bekommen! Das war's! Mäß2! Es war's! Da! Get! Wie öfter?